jetzt wird das gameplay verschoben punkte oder so der spieler 21 richtig richtig krass glaubt das kann sehr sehr eklig werden warum wechseln die nicht sogar powershot und 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 Weiß ich ja gar nicht. Digga, nicht da hin. Da kommt auch wirklich alles an, was ankommen muss, Digga. Wirklich, das ist krass, ja. Wirklich, das ist krass. Ja, Digga, wieder 2-1, glaube ich krass, ja. Wirklich, das ist krass. 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 Wirklich, das krass. Das ist 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 krass. Das krass. Das krass. Wirklich, das krass. ja ja oder hast du noch mehr zeit ach bruder dreh dich doch hey man krieg so viele bounce das bringt mir nichts oder oder was ist das jetzt ich habe einen druckpass nach vorne kommen wir die king einer im chat hier sehen wir gegen an 700 punkte oder so der stoppen der ist geist krass der war letzte jahr werden so gute praktisch ja ja ich stehe doch da was ist das kein absatz ist ich bin aber nun mal nach vorne liga zwei mal direkt komplett reingeschissen ja ich stelle auch den zu der jeder bald in einem 16er spielt kommt an und jeder weil der im 16er spiel ist auch ich habe immer schon gesagt so gut ist ja nicht dieses jahr ja nur er kann dribbeln wie fifa 22 wie ich 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 habe ich Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.